Der Sonntag wird traumhaft. Herzlich Willkommen! Start in die Fernsehgartensaison. Natürlich live. Natürlich mit Kiwi. Dankeschön! Und dann die Doku als Jobtester ins Ausland. Copacabana, das hat ja eigentlich lebensbefühlt. Und danach? Gesucht und tatsächlich gefunden? Also ich würde es auf jeden Fall nehmen. Traumwohnung in der Traumstadt. Sonntag 14 Uhr im ZDF.